Wir fordern mit unserem Antrag die Landesregierung auf, sich auf allen Ebenen und mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln dafür einzusetzen, dass die faktische Verpflichtung der Verwendung von Uploadfiltern durch die Umsetzung der Oberrechtsnovelle verhindert wird. Die reformierte EU-Urheberrechtsnovelle wurde in der Sitzung des EU-Parlaments vom 26. März 2019 trotz massiver Widerstände und öffentlichen Protestes verabschiedet. Es handelt sich aus unserer Sicht um eine innovationsfeindliche, undemokratische und zutiefst unfreiheitliche Regelung in Bezug auf die Verpflichtung der Verwendung von Uploadfiltern. Die AfD lehnt Uploadfilter als Bedrohung für die Meinungsfreiheit kategorisch ab. Einerseits sind solche Uploadfilter-Softwareprogramme sehr fehleranfällig, und zum anderen werden auch zulässige Verwendungen, wie zum Beispiel die Ausübung des Zitate-Rechts und Satire, nicht erkannt. Es wird wieder einmal deutlich, dass sich die Politik in dieser Form nicht einmal ansatzweise nach dem Willen und Bedürfnis der Bürger richtet. Mehr als fünf Millionen Menschen haben sich deutschlandweit im Rahmen einer Petition für die Freiheit des Netzes und gegen Uploadfilter eingesetzt. Selbst der Erfinder des Internets, Tim Berners-Lee, spricht sich gegen die Verwendung von Uploadfiltern aus und spricht von einer Zerstörung des freien Internets und einer Transformation von einer offenen Plattform zu einem Werkzeug für automatisierte Überwachung und Kontrolle der Nutzer. Es gibt da nur eine Lösung. Die Zustimmung zu der EU-Urheberrechtsnovelle in der jetzigen Form ist im Rat der Europäischen Union zu stoppen und eine anderweitige gesetzliche Lösung zu finden. Am 15. April findet nun die abschließende Abstimmung im Rat der Europäischen Union statt, in welcher Deutschland gegen die Urheberrechtsrichtlinie stimmen müsste. Jedenfalls dann, wenn die Bundesregierung ihre eigenen Vereinbarungen im Koalitionsvertrag ernst nehmen würde. Aber das ist unter Frau Merkel nicht zu erwarten. Aber das ist unter Frau Merkel nicht zu erwarten.